Musik Jo, hallo und herzlich willkommen zu mal einem etwas anderen Video. Wir machen heute einen Tag. Ja, ich wurde zwar nicht getaggt, aber ein YouTuber, den ich sehr gerne schaue, der EgoTactic, hat nur einen Tag gemacht und hat am Schluss des Videos gesagt, dass er will, dass die Abonnenten das machen, damit er mal sieht, was seine Abonnenten dazu sagen. Und ja, im Hintergrund sieht man Black Ops 2 Gameplay irgendwas. Ich schätze mal frei für alle. Auf Grind, wenn ihr mich nicht täuscht. Aber ja, ich sage, wir fangen direkt an. Der Tag heißt DatDingTag. Und ja, die erste Frage ist, wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Ich weiß, man hört es nicht so arg. Meine Stimme ist so noch etwas hoch, aber ja. Wann hast du mit YouTube angefangen? Das ist eine gute Frage, denn eigentlich habe ich mit YouTube angefangen vor ein Jahr. Damals habe ich es mit einem anderen Freund gemacht, dem Simon. Der Kanal existiert sogar noch, das ist Bazocka. Und, aber nach einer Zeit haben wir uns dann getrennt. Dann hatte ich einen eigenen Kanal, Enderzocka HD. Der lief aber nur circa für einen Monat oder so. Und dann habe ich mit dem GroKi beschlossen, einen Kanal zu machen. Und das ist jetzt hier PlatinGames.at. Und den haben wir vor sieben Monaten gegründet. Ja. Wie alt willst du sein? Keine Ahnung, was das für eine Frage ist. Ich will so sein, wie ich jetzt bin. Erstens kann ich es nicht ändern. Und man soll immer das leben, was man gerade macht. Oh Gott, das Kleinrad richtig gay und nicht deutsch. Egal. Wann hast du dein Haustür bekommen? Vor vier Jahren meinen Hund, Mali. Er ist jetzt vier Jahre alt. Ja. Hättet ihr euch jetzt nicht denken können. Und ja. Wann willst du spätestens mit YouTube aufhören? Keine Ahnung, also bis jetzt denke ich eigentlich nicht daran, YouTube aufzuhören, weil es macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Und ja. Keine Ahnung. Ich denke nicht, dass ich in nächster Zeit aufhören werde. Eher erst, wenn der Schulstress vielleicht zu stark wird, dass ich dann vielleicht eine Pause anlege. Aber der GroKi wird dann wahrscheinlich noch Videos bringen. Wann hast du dein erstes... Ah nein. Wann wurdest du eingeschult? Mit Sex. Wann hast du dein PC bekommen? Vor zwei Jahren. Wann hast du dein Handy bekommen? Mein jetziges habe ich letztes Jahr bekommen. Das iPhone 5. Und mein erstes Handy hatte ich mit 10. Da hatte ich irgendwie so ein... Das war nicht bei Touchscreen. Das war irgendein Handy. Ähm... Wo warst du zum ersten Mal bei einer Klassenfahrt? In der Volksschule in Ungarn. Das war nicht so schön dort. Aber billig. Wann warst du zum ersten Mal in einem Verein? Das war mit 7, glaube ich, mit Fußball angefangen. Habe auch sehr lang gespielt. Hatte aber da mal einen Beinbruch. Und dann konnte ich zwei, drei Monate nichts spielen. Und als ich dann zurückgekommen war, war ich komplett außer Form. Und der Trainer hat gesagt, wir brauchen dich nicht mehr. Ja, und seitdem spiele ich kein Fußball mehr. So, das war's mit dem Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr davon wollt, taggt mich. Das ist jetzt eine Ausnahme, dass ich ein Tag mache, wo ich nicht getaggt war. Weil ich Ego-Tactics halt ein Tag machen wollte. Weil es ich gewünscht habe. Und ja, falls es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Und ja, gebt einen Daumen nach oben. Mein Gott, mein Deutsches. Ich sollte nie spät am Abend ein Video drehen. Egal. Also dann, tschöööö. Das war's mit dem Tag. Das war's mit dem Tag.